So, und dann sind wir wieder bei Fear. So, hier einmal rein. Komm hinten zu mir, komm hinten zu mir, komm hinten zu mir. Ich bin ja schon unterwegs. Wo ist er hin? Hinter dir. Alter, das sind ja zwei. Die teleportieren sich hier so eger instant. Ich dachte, das ist einer. Du hast eben gesagt, das ist einer. Ja, hab ich ja auch gedacht. Keine Munition. Geh mir doch mal aus dem Weg, Mann. Du, 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 du. Bist du auf die Fresse, oder was, ne? Ja. Ja? Jetzt verpiss dich. Ich bin tot. 100%ig bin ich tot. Ja, verpiss dich in die Ecke. Wie, ich liege schon wieder, Mann. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich kann auf den draufballern, hier. Ich versuchte jetzt zu helfen, aber ich glaube, das geht schief. Lauf, lauf weg, lauf weg. Würde ich ja gern, aber wir sind an jeder Ecke Typen, ey. Okay, ich bin wieder gehielt. Ich hab so einen dicken übernommen. Ja, geil. Wer ist denn das geschafft? Ich weiß es nicht. Einfach draufgehalten. Wo ist der andere Dicke? Äh, hier hinten. Der geht down, der geht down, der geht hoch. Ja, ja, ja. Was, der geht hoch? Achso, okay. Gut. Haben wir. Wo? Wo denn? Wo? Ja, ne Karte wär ja auch mal super, irgendwie. Ich seh keinen. Ja, keine Ahnung. Warte mal. Im Container. Hier sind überall nur Leichen. Müsst ihr hier irgendwo hoch oder so vielleicht? Glaube ich nicht. Ach, hier. Ach, da. Hä? Wo kommt die da auf einmal raus? Keine Ahnung. Und mein Körper ist jetzt weg. Ach, ist sowieso. Mitten durch den Neuhaufen. Oh. 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 Äh, bist du jetzt tot? Das Spiel ist mal wieder auf Deutsch. Und wenn doch, vernichte es. Du musst es augenblicklich töten. Tips. Ja. Das Spiel ist mal wieder auf Deutsch. Ich weiß. Hab ich mitgekriegt. Ich hab mich nur gemutet, weil ne Cut-Szenen war. Ich rede ja nicht so rein wie du. Ja. Ich dachte, du bist tot. Ja. Gut. Enter. Fortfahren. Und ich bin mit Gott. Das war's okay. Wir sind ohne Privatsphäre zusammengefercht und wollen uns nur gegenseitig an die Gurgel. Wir raten im Käfig. Unsere Mutter ruft uns zu sich, um Zeuge dieses Moments und ein Teil der Macht zu werden. Und du willst sie aufhalten? Hier gibt es nicht nur eine Möglichkeit. Wir müssen darüber nachdenken. Als Familie. Es hat mich befürchtet. Die Spannungsspitzen stören die Navigationssysteme und überraschenden Terminels aus. Ich weiß nicht, dass wir uns in den Weg stellen wollen. Und dort muss jetzt den Fuß weiter. Sorry, mir geht nichts. Es ist soweit, Bruder. Wir müssen jetzt zusammenhalten, wenn du dich mir in den Weg stellen willst. Gut. Das ist eine üble Geschichte, den Bruder zu töten. Aber das ist ja nichts Neues für den. Kannst du es wieder tun. Das wird keine Station gefahren. Leute. Ja. englisch es ist schön es ist echt schön ja doch ich habe ja mein power bei pokémon kommen schnapp sie die müssen wir lang hat er hier in den zukunft eventuell halluzination mal wieder kommt mein koffer wo koffer den hat jemand vergessen denn da können wir mal fußball mitspielen die gitarre jetzt habe ich sie kaputt gemacht ist alles kaputt machen hier kann man nicht raus hier muss man raus und hier muss man rein hier sitzt es scheint früher mal echt schön hier gewesen zu sein hier unten war wer jetzt nicht mehr irgendwie nicht es war früher bestimmt echt schön ist echt schöne stadt bestimmt hier müssen wir ran was soll doch ich wieder hallo ich sehe hier lauter nee warte mal diesen glaube ich echt kann man nicht einmal dieser hausier eine kuh wenn man geht kann ich mich nicht ich habe es auf c dabei was hier ist falsch hier oben hier schon wieder ein säenband zähle band du hängst bei mir noch in der tür sieht ja angenehm hier aus du hängst bei mir noch in der tür jetzt nicht mehr oder was hätten wir jetzt bist du hier so guck mal hier das ist echt angenehm habe ich das letzte mal in dead space 3 gesehen und so lecker jump run what the fuck willst du mich verarschen ich muss auch noch auf ja das wackelt alles einige scheiße kommst du rein hier schon wieder ein säenband also die überschütten ein jahr damit tja ist es wichtig die mitzunehmen bringen punkte glaube ich nur mal los ja der ist rausgefallen würde ich sagen ja würde ich auch mal sagen so müssen wir da auch aus hier müssen wir dann glaube ich hier war doch her oder nicht in dem wagon was drin jetzt müssen wir hier dann hier sich leichter würden scheiße lecken wir doch die eier zeugend so ein affe oder so das war ein mensch man das war ein affe mensch lass mal ihn übrig guck mal ein affe warte mal der macht den hedi kaputt leck mir die eier ach ist doch nichts passiert ich bin rot ich bin fast abgekratzt was machst du ich stand da voll und der hedi ist mir so ins gesicht geflogen ich habe so gesagt ganz cool ich war vor dir das wird sein danke bruder du bist echt um und gehen dankeschön was für ein szenario wechsel dass er bisher schon war ne alter und nicht aber auch noch was muss ja junge du mach mal auf das ja 20 cm was müssen wir hier lang oder nicht hast du denn noch irgendwas bei dir wir müssen darüber auch irgendwie was so ich weiß wollen glaube ich wohin hier bei der kiste hier zum zug flug zum zug hallo zu hören ein bisschen ach ne mein körper ob ich den affen auch übernehmen kann naja ist ja lustig ich glaube es ist kein affe wow hallo helfst du hilfst du mir vielleicht eventuell ist er tot keine ahnung glaube ich nicht ich glaube es auch nicht affen sind sehr hartnäckige tiere was machst du da hast du ihn nicht gesehen affe wo denn hier bei mir hallo ich wollte so gern meinen affen haben man ach die kann ich gar nicht übernehmen what the fucks ist der schnell Junge ist er tot jetzt ist er tot naja jetzt sind sie tot da ist noch einer der standard 25 briggs smg abschüsse Junge übertreibt doch nicht so alter wie viele denn noch ich kann die auch nicht mehr hoch dachte jetzt wie die einfach übertreiben man noch ein horrorspiel sei kein ding im kirchen shooter theoretisch ich habe mir auch nicht die rezensionen durchgelesen leider richtig ich kann sie mir schon denken ich glaube die hatte auch nur eine schlechte wie heißt das meta inf meta data ne warte mal meta meta score du weißt ja genau meta score hier hinten ist das auch ja nicht ohne grund mal englisch mal deutsch mal total unbalanced ich glaube das liegt aber am koop was ist mit dem was machst du wo müssen wir lang hier hier mal total unbalanced mal total scheiße von der schwierigkeit her das ist auch sie wachs guck dir das mal an voll naja jetzt müssen wir hier lang machen wir mal immer so eine streckung immer diese strecken geh du mal vor ich geh vor du gehst vor waren wir nicht eben schon ganz oben ja aber da ist noch so ein typ kann ich den übernehmen theoretisch nein kann ich nicht baller mal rauf baller mal rauf baller mal rauf wo ist der denn da oben oben auf dem dingel alter könnt ihr mal keine munition dann schnapp dir einen scheiß pisser hier da oben ist er immer noch baller doch mal rauf alter wie soll ich das denn machen der grillt dich ne das ist ja klar der hat so ne scheiß jetzt ist er tot ja äh was machst du denn noch ja keine ahnung so jetzt hab alles hab alles warte mal muss ich mal kratzen dann ist noch einer ja schön dass denn noch einer ist ventilatoren wey nur spring einfach mal wir haben ja das kann man nur mit äh sniper ja schieß mich noch weiter ab achso das bist du dann tat's weh hey kann man den benutzen doch nicht du hast den dicken später glaub ich alter jetzt halt die fresse man oh der ist tot oder auch nicht hast den blauen ja fast sicher jetzt oh der hat so ein ding cool dann geh mal ins haus rein ich hab so ne laser gun ich hab so ne laser gun oh hier ist ne sehband da müsste auch glaub ich ein schalter oder sowas sein ah hieß was hier nicht dass du mir das den weg schnappst jungen jungen genau das hab ich vor ich kann da gar nicht rein lol doch jetzt nein ich mach dich kaputt ich geh gleich wieder raus lol naja naja ich glaub da gibt's gleich noch mehrere davon nehm ich an wenn jetzt einer kommt ich bin dir nicht so absolut erstmal fällt das Innenleben hier eigentlich richtig übertrieben da war scheiß drauf ist ja egal zerstörte barrieren durch nachkampfattacke die anderen jungen der hat auch raketen du sollst auf den bus oder so schießen achso nö irgendwie nicht hier auf die barrieren hier da drauf wie es überhaupt nicht übertrieben ist du sollst du glaub ich ich hab auch linkraketen wie kann man ihn abfeuern ok ja wie geil er hat autoscope da ist noch einer ich brauch nen körper hey das ding hat autoscope hast du gehört ja da ist noch einer autoscope das ist der mercedes benz unter den massenvernichtungswaffen oh oh ich hab auch rein ich hab auch rein hast du ja geile scheiße komm dann betteln wir uns jetzt nein wir betteln uns nicht wir gehen jetzt weiter mit g feuerst du die linkraketen ab wie granaten werfen ok hey super so viel das ist geil man ich feier das lenkraketen autoscope das ding ist ja achso mit led hast du stampf man mit tut man ach ja geil log irgendwie wo will ich jetzt mal ein paar gegner mehr haben ich glaub da kommt links ein helikopter oder geradeaus äh ja komm hier linkraketen ich ich noch nicht er ist weg jetzt ist es down oh ne doch nicht aber gleich jetzt glaub ich ja er ist tot ich glaub da kommt noch einer oder ach ne das ist einfach einer auf der brücke man das hört sich wirklich so wie ich weiß ja nicht was du mit deinen Mädels anstellt dass sie so schreien aber nein ich mein Junge Junge du Respekt für das Respekt wer hat denn damit angefangen ich doch nicht da kommt noch so ein kleiner oh wie süß kaputt oh doch nicht da sind noch zwei kleine warte mal hinter dir ist doch nicht um den anderen den hinter dem hier nehmen ich kümmern dich doch um den anderen Mensch der ist doch hinter dir was machst du denn nein der andere aber der ist ist der tot? nö ah er brennt schon jetzt den hier meinte ich hätten wir solche Anzüge damals gehabt hier wo wir den Typen rauplatt gemacht haben welchen Typ? ne hier wo wir dauernd mal gestorben sind ach so kaputt? nein kaputt ich glaube wenn man das zu lange macht explodiert dann irgendwann der Anzug das ist nicht gut stimmt unten ist ja noch Energie merke ich gerade erst ich habe noch die Hälfte wie viel hast du? ja die Hälfte obwohl jetzt lädt es sich wieder auf ja? ja es hat sich komplett aufgeladen sollt ihr auch mal weg gehen sollt ihr auch mal weg oh tschuldigung geh mal noch nicht zu weit daraus oder so lock du brennst du brennst was ich brenne? oh ich muss weg warte glaub ich mal eben dankeschön bleib ich noch kurz hier stehen und regänen mich mal meinst du wieder voll? leck mir die Eier ja siehst du ist doch für geil aber muss man einfach nur ja man muss einfach nur warten ja wo ist wer hier noch auf die Fresse jetzt komm komm nach vorne komm nach vorne ist alles frei ja oh ja man muss ja man muss glaube ich auch stehen bleiben boah kriege ich nicht mir egal lol ihr ist einfach nur overpowered ist dieses Ding oh ja aber ist doch mal ganz geil einer der stärkeren zu sein sag ich jetzt mal ich mein mein charakter ist auch schon richtig überpowered mit gegner übernehmen ey man kann doch das auto kaputt machen man kann doch dich kaputt machen man könnte man muss aber nicht oh fire ey kannst du mir mal kurz helfen mach ich doch gerade ich feuere raketen ab und so weiter wie ist das dankeschön ich glaube man muss stehen bleiben um sich zu regenerieren ne doch nicht man kann man noch mal in keiner laufen gut wow ich sollte mein headset nicht so laut alter der bringt dir weich zum schreien ihr alte junge der alte junge vielleicht wird ja auch ein Mädchen der macht alles richtig der macht ja oh die Brücke ist explodiert hast du das gesehen? hab ich toll gemacht passiert hier ständig ey da ist noch was abgefallen oh da ist ein helikopter ey ey helfen wir mal helfen wir mal wie wir einfach nur Raketen drauf spammen ja scheiße mein anzug ist glaube ich gleich ein wenn der nicht abstürzt ach quatsch er ist ja schon tot da ist noch einer scheiße da ist noch einer also ich bin auch ganz gut dabei hälfte ich nicht ja hälfte toll mehr aber auch nicht alter willst du mich verarschen meiner ist gleich down deine helikopter deine helikopter ich muss hier weg ich muss hier weg Achtung ich muss hier weg ja meiner ist gleich auch down das gehört glaube ich so ja das will ich aber nicht kritisch ja baller mal raus meine hat siebzehn ich meine hat sieben meine hat vier meine hat null so abschalten steht bevor oh god ich bin raus drei schaff ich das? ja jetzt hab ich den mit einem mit einem ja hinter dir ist aber noch was leck mir die Eier sieben fünf vier nein verpiss dich kann man da nochmal rein? ich weiß es nicht nö ja komm mal meiner ist wieder voll lol bei mir stehen auf einmal zwei da hinter dir ist noch meiner ist wieder voll wie geil ich glaub die können gar nicht kaputt gehen warum kann ich hier nicht einsteigen? ich muss glaube ich ein bisschen warten nein du hast einen anderen gekriegt nein der steht da noch das war derselbe kann nicht sein ich kann hier nicht rein ist aber du stehst bei mir auch nicht vor dem Dingens wo stehe ich denn sonst? wo steht der bei dir? hier ja bei da stand der bei mir eben auch hey warte mal ich steig mal hier aus mein körper platz eh das bringt nichts ich komm mal wieder rein okay komm wieder rein da ja gut okay dann bin mindestens ich overpowered ja ich auch mein jung hier ich kann körper übernehmen ich kann es ja hier die laser ganz nehmen wenn du willst was für laser ganz? ne die laser ne ich kann noch gar keine waffen nehmen ich brauch doch nen körper noob 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 geh vor ich geh nicht vor mach mir keinen schaden verdammt sonst bist du gleich auch wieder tot ich mach dich schaden naja wollen wir nicht mal erstmal pause ja machen wir ja dann gut tschüss dann bis zum nächsten mal tschüss leute aaaaah gib mir feuerschutz aaaaah